Ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass ich jetzt schon zurück bin, liebe Leute. Ne, ne. Und zwar war ich nur einen Tag zu Hause in der Belastungserprobung. Habe ich mal kurz mein Zimmerchen ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt bin ich wieder back in the good old roots. Im guten alten Tannhöfchen, Tannklüchen, sage ich mal. Natürlich muss ich erstmal ein bisschen länger hierbleiben, dass ich mich zu Hause stabilisieren kann. Denn ich lerne hier mit den Leuten besser umzugehen. Und dass ich dann irgendwie ein bisschen einfach lerne, zu Hause mich wegen manchen Sachen weniger aufzuregen. Dass man halt ein bisschen so stabilisiert wird mit den ganzen Therapien, der ganzen Harmonie, mit der man mit den Leuten hier verbringen. Natürlich bin ich doch noch hier. Erstmal.